Billfinger Billfinger ist Industriedienstleister in der Öl- und Gasbranche, Petrochemie, Erdölraffinerie. Die Kennleistung des Unternehmens geht von der Beratung, Planung, Inbetriebnahme, Aufbau, Wartung, Instandhaltung, also den kompletten Lebenszyklus der Industrieanlagen begleiten. Im Bereich Mechanik gehören die Aufgaben der Wartung, Instandhaltung auf den Industrieanlagen, kundenspezifische Lösungen zu finden und im Endeffekt als Ansprechpartner der Kunden da zu sein. Die Grundwerte von Billfinger sind das gute Arbeitsklima, der nette Kontakt mit den Kollegen und dass wir wirklich alle super zusammenarbeiten können. Wir setzen uns immer dafür ein, dass wir den Kundenwünschen gerecht werden und dass wir wirklich alles geben, um den Kunden glücklich zu machen. Zu dem Bereich MSR gehören die Wartung und Instandhaltung von Anlagen und die Einführung von Automatisierungstechniken und die Optimierung gehören auch zu unserem Geschäft. Zu dem Bereich Pumpen und Ventile gehören die fachgerechte Instandsetzung von Ventilen, Pumpen und Rotating Equipment. Regelmäßige Schulungen bei Billfinger sind sehr wichtig. Wir möchten die Mitarbeiter auf einem hohen fachlichen Niveau halten und uns aber auch immer weiter bilden. Um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten, setzt Billfinger auf ein hohes Maß an geschulten Mitarbeitern und Kommunikation auf Augenhöhe. Der Schlüssel zum Erfolg bei Billfinger sind die Erfahrungen, die Fähigkeiten und die Einsatzbereitschaft des Teams, um so das Bestmögliche für den Kunden herausholen zu können. Billfinger